Kapitel 33 Pansy und Blaze waren zeitgleich von der Party verschwunden und Hermine würde sich am liebsten ebenfalls in Luft auflösen. Wenn beide weg waren, war die Chance groß, dass sie zusammen weg waren und das war in ihren Augen ein großer Fortschritt. Sie glaubte an Pansy, dass sie nicht Hermines Debütparty crashte und sie glaubte an Blaze, dass er dafür sorgte, dass Pansy nichts kaputt machte. Greg schien nicht allzu besorgt, er war eine gute Seele und vertraute ihr wohl blind. Manchmal fragte sie sich, ob Greg naiv war oder Pansy ihm nicht wichtig genug war für Eifersuchtsszenen. Hermine beobachtete das Geschehen vom Gelände aus einer Nische heraus und fühlte sich wunderbar wie Severus. Seth, den sie eingeladen hatte, der aber wie erwartet nicht aufgetaucht war. Diesen Affenzirkus würde er sich nie antun wollen und sie verstand. Kein Wunder, er wollte der Gesellschaft in den Rücken kehren und tat vielleicht sogar richtig daran, dachte sie. Würde sie aus dieser Sache heil rauskommen, wäre ein Rückzug keine schlechte Aussicht mehr. Wer brauchte schon einen Marktanteil, das Geld und den Status, um den sie ursprünglich gekämpft hatte, wenn alle sie nun hassten und Draco für immer an ihr wie ein schlechter Duft halten bliebe. Malfoy konnte alles haben, nur sie ihn Frieden lassen. Warum drückt sich die Hausherrin in Nischen rum, statt ihre eigene Feier zu genießen? Verklang es samtig an ihrem Ohr und ließ sie zusammenzucken. Niemand geringerer als Lucius hatte sie hier entdeckt und Hermine legte sich ihre Hand auf die Brust, um ihren Schrecken zu verdauen und drehte sich zu ihm um. Mit einem süffisanten Lächeln blickte er auf sie hinab. »Lucius, du hast mich erwischt«, lächelte sie zurück. »Du weißt, diese Situation ist neu für mich und ich muss mich noch adaptieren. Ich bin hier nicht im Crowns als Hermine Granger, ich bin hier als Mrs. Malfoy. Es ist noch sehr ungewohnt für alle.« Interessiert hob sich einer seiner Brauen und er ließ seinen Blick erstmals an diesem Abend an ihr herabgleiten. »Du bist eine Augenweide, Liebster. Dieses Nachtblau steht dir ausnehmend gut. Welch eine Verschwendung, dass du dich versteckst«, ließ Lucius Hermine rot werden. »Und dieses ungewöhnliche Schmuckstück um deinen Hals lässt dich nur noch mehr strahlen.« Er betrachtete interessiert den Stein, den er wohl noch nicht in seinem Besitz wusste. Hermine schlug Lucius verspielt auf den Arm. »Lucius, du machst mich verlegen.« »Danke. Die Kette war Dracos Geschenk heute Abend.« Hermine senkte die Stimme. »Wer weiß, vielleicht machen wir Fortschritte«, zwinkerte sie ihm zu, was Lucius allerdings nur mit einem angespannten Lächeln quittierte. »Ich habe auch für dich eine kleine Aufmerksamkeit.« Hermine griff in ihre bodenlose Klatsch und zog das Samtene Kästchen hervor. Sie hatte es beim Stöbern in einem verstaubten Antiquariat gefunden und war sich sicher, dass Lucius so etwas noch nicht besaß. Es war schwer, einem Mann etwas zu schenken, der bereits alles hatte und sich jeden Wunsch selbst erfüllen konnte. Lucius öffnete interessiert die dunkelgrüne Samtbox und zum Vorschein kam die Hülle eines silbernen Muggelfeuerzeugs, auf der in grünen Steinen eine Schlange ausgelegt war. Hermine hatte es so modifiziert, dass der Brennstoff niemals ausging. Lucius inspizierte es und schien doch sehr zufrieden zu sein mit der Aufmachung, was Hermine ungemein freute. »Danke, Liebes, genau, was ich im Moment brauche.« Er beugte sich in der Nische vor und gab ihr einen Stirnkuss. »Ich habe auch an dich gedacht. Dein Geschenk erhältst du nach unserer Familientradition, allerdings erst morgen.« »Aber Draco, Draco hatte schon immer gegen die Traditionen rebelliert und seine Geschenke an Heiligabend eingefordert.« lachte Lucius und auch Hermine konnte nichts anderes, als sich den verwöhnten Bengel vorzustellen. Sie musste ihn unbedingt noch vor Mitternacht finden und ihm sein Geschenk überreichen. »Hast du Draco irgendwo gesehen?« fragte sie Lucius daher, welcher allerdings nur den Kopf verneinend schüttelte. »Ich glaube, ich muss ihn unbedingt noch vor Mitternacht finden.« wurde sie Lucius verlassen, der sie aber aufhielt. »Danke, Hermine, für dein Geschenk.« lächelte Lucius warm, bevor er sie mit einem wehmütigen Blick ziehen ließ. Auch für ihn war der Abend alles andere als entspannt. Hermine lief die Flure der oberen Etagen entlang und huschte unauffällig wie möglich in ihren Raum. Mit komplizierteren Zaubern verriegelte sie alle Türen und mit einem Reveglio überprüfte sie, ob jemand sich in ihren Raum geschlichen haben konnte. Ihr Leben als Mrs. Malfoy hat sie vieles gelernt und vorsichtig werden lassen. Sie eilte ins Bad und entriegelte ihren geheimen Brauschrank. Unsicher starrte Hermine ihre Fiolen an, die sie Malfoy seit zwei Wochen nicht mehr verabreicht hatte. Seit den Vorfällen, bei denen die Tränke wirkten, hatte er sich unter Kontrolle gehabt und sie hatte es nicht mehr übers Herz gebracht, ihm einen solch schwarzmagischen Trank unterzujubeln, nachdem er sich um Frieden bemühte, selbst wenn er es nicht lassen konnte, sie zu provozieren. Selbst sein Geschenk war für sie ein Friedensangebot, zumal sie gar kein Geschenk erwartet hatte. Mit zittrigen Fingern griff sie zur ersten Viola und entkorkte sie. Hermine schaute der Flüssigkeit dabei zu, wie sie im Abfluss verschwand. Tat sie das Richtige? Würde sie es vielleicht schon sehr bald bereuen? Wenn sie Malfoys Vertrauen jemals wollte, wenn sie Zugang zu ihm wollte, ihn ändern wollte und aus dieser Ehe raus wollte, dann musste sie ihm zuerst vertrauen. Und sobald er ihr vertraute, würde sie ihm das Herz brechen müssen und gehen. Einen Grund finden zu gehen, denn mittlerweile zweifelte Hermine stark, dass Lucius sie allzu leicht würde ziehen lassen. Nach und nach lädte sie eine Viola nach der anderen, bis nichts mehr übrig blieb. Mit klopfenden Herzen stand sie verloren im Bad, keine Überbleibsel ihres bösen Plans, bis auf das Buch unter der losen Diele am Fenster. Sie blickte sich selbst im Spiegel an, sah sich selbst in die Augen. War sie noch immer dasselbe Mädchen, noch im Sommer dieses Jahres, noch bei Pansys Hochzeit? Wann ist alles so außer Kontrolle geraten? Wann hatten sich alle Verhältnisse geändert? Für sie war Dracos Rückkehr nach London der Wendepunkt, für Pansy gab es möglicherweise von Beginn an keine Rettung. Sie hatte Greg nicht aus Liebe geheiratet, sondern aus Pflichtgefühl, und sie war eine sehr attraktive Frau. Zu viel für Greg. Zu viel Schönheit. Zu viel Meinung. Zu viel Emotionen. Für Hermine war es immer noch eine Frage der Zeit, bis Pansy einen Liebhaber suchen würde. Sie hatte nur nicht gedacht, dass ihre Wahl auf Blaze fallen würde, und schon gar nicht so schnell. Alles lag in Trümmern, aber daraus konnte sie nun etwas Neues aufbauen. Vielleicht sogar etwas Besseres? Und genau dies würde sie jetzt angehen. Entschlossen verließ sie ihre Räume. Draco hatte sich nach Hermines Flucht in seine Gemäsche zurückgezogen. Ihm waren die Gäste herzlich gleichgültig, und Lucius würde sich schon kümmern, dachte er sich. Er hatte es sich vor seinem Kamin auf dem Ledesofa bequem gemacht und siebte Gedanken verloren an einem Whisky, während er den Abend Revue passieren ließ. Er dachte daran, wie er seiner Frau das Collier umgelegt hatte, an ihr leichtes Erschaudern. Eigentlich wollte er sie bloß provozieren und aus dem Konzept bringen für den Rest des Abends, aber ihre Reaktion auf ihn hatte ihn nicht kalt gelassen. Er war sich im Klaren darüber, dass er mit seinem Geschenk ein wenig über das Ziel hinausgeschossen war. Er hatte den Klunker bei einer privaten Auktion für einen viel zu hohen Preis ersteigert, statt etwas aus dem Verlies zu holen. Es kam ihm schlicht falsch vor, ihr etwas von den Familienerbstücken zu schenken. Er wollte, dass sie etwas Neues bekam, und trotz der provokanten Gravur hatte er doch gehofft, dass es ihr gefiel. Er hatte genau beobachtet, dass ihr all die Aufmerksamkeit des Abends unangenehm war, und Draco war klar, dass sie zu einem neuen Hassobjekt der Frauen in der Gesellschaft aufgestiegen war, seit sie seinen Nachnamen trug. Das brachte ihn wieder zu der Frage zurück, wofür sie eigentlich sich das alles antat. Draco ist ebenfalls nicht entgangen, dass Pansy irgendwann von der Bildfläche verschwunden war, während seine Frau sich in den Nischen des Haars rumgedrückt hatte. Draco hasste es, eins und eins nicht zusammenzählen zu können und einen Überblick zu verlieren, insbesondere auf seiner eigenen Party. Er starrte in die Flammen, auch als er gehört hatte, wie sich die Tür zu seinem Raum beinahe lautlos öffnete und wieder schloss. Er wandte den Blick nicht von den Flammen ab, es gab nur eine beschränkte Anzahl an Personen, die wussten, wo sie nach ihm suchen mussten, und sich getrauten unaufgefordert, seine Privatsphäre zu invadieren. Granger ließ sich in dem Ohrensessel neben ihm nieder und ließ Draco innerlich die Augen rollen. Natürlich. Wer sonst hatte den Mumm, ihn nach dieser langweiligen Feier auch noch weiter zu nerven, außer der Prinzessin aller nervigen Gryffindors? Draco sah sie von der Seite an, abwartend, weshalb sie lieber mit ihm hier war, statt treppab bei ihren Gästen. Immerhin war er nicht gerade freundlich zu ihr an diesem Abend, abgesehen von dem Collier, welches sie noch immer trug und das bei einigen Damen der Gesellschaft im Munde war an diesem Abend. Granger merkte, dass sie seine Aufmerksamkeit hatte und rückte an den Rand des Sessels. »Frohe Weihnachten, Draco«, sagte sie vermutlich, um etwas zu sagen. Er nickte nur. »Was wollte sie hören? Eine Liebeserklärung.« Sie griff in ihre Handtasche und holte ein kleines silberverpacktes Päckchen hervor und hielt es ihm unbeholfen hin. Draco überlegte erst, ihr Geschenk zu ignorieren, dann siegte aber doch seine unstillbare Neugier was sie wohl für ihn ausgesucht hatte. Schweigend nahm er ihr die kleine Box ab und riss das Geschenkpapier von ihr. In der Box befand sich eine feine Krawattennadel aus Silber mit einem feinen, verschnörkelten Muster graviert und am Kopf waren seine Initialen DM eingelassen. Passend dazu fanden sie noch Manschettenknöpfe, ebenfalls mit einer feinen, personalisierten Gravur. Draco wusste, dass sie dieses Set extra hat anfertigen lassen müssen und war überraschend zufrieden mit dem simplen und doch stilvollen Geschenk. Ihn überkam plötzlich Scham, sie mit seinem Geschenk provoziert gewollt zu haben. Er klappte die Box wieder zu und verstaute sie in der Innentasche seines Sakkos. Draco versuchte nicht, allzu beeindruckt auszusehen, auch wenn er sehr überrascht war. Er konnte nicht damit umgehen, dass sie an ihn gedacht hatte und sich mit der Auswahl Mühe gegeben hatte. Danke, dein Geschenk gefällt mir, erwiderte er schlicht und sah sie ruhig abwartend an, innerlich aber zum Zerreißen gespannt. Überrascht weiterten sich ihre Augen, vermutlich hatte sie mit einer anderen Reaktion gerechnet und er konnte es ihr nicht übel nehmen. Habe ich gern gemacht, Draco, lächelte sie ihn warm an und betonte seinen Namen in der gleichen Art, wie er vor wenigen Stunden noch ihren gesprochen hatte. Er beschloss, er würde dieses Set tatsächlich tragen.